Hyperloop, Trump und die EU Willkommen zum golem.de Wochenrückblick, mein Name ist Marc Sauter. Der Einreisestopp in die USA für Menschen aus sieben überwiegend muslimisch bewohnten Ländern hat weltweit für Proteste gesorgt. Auch das Silicon Valley stellt sich gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump. Schon wenige Tage nach seiner Amtseinführung kommt es zum offenen Streit zwischen der IT-Industrie und US-Präsidenten Trump. Nach verbaler Kritik von zahlreichen Firmen greifen mehrere Konzerne den Präsidentenerlass vom 27. Januar auch juristisch an. Amazon, Microsoft und Expedia wollen die Klage des US-Bundesstaates Washington gegen das Einreiseverbot unterstützen. Sie sehen Nachteile für ihre Geschäftstätigkeit, weil Mitarbeiter und Kunden aus den betroffenen Ländern nicht wie gewohnt frei in die USA reisen können. Medienberichten zufolge wollen sich die kalifornischen Firmen Apple, Alphabet, Facebook und Uber mit einem offenen Brief an Trump wenden, indem sie sich gegen das Verbot aussprechen. Die großen Chip- und Internetkonzerne legten wieder positive Quartalsergebnisse vor. Amazon, AMD, Apple, Facebook und Intel konnten ihre Umsätze zum Teil deutlich steigern. Mit Ausnahme von AMD und Apple gingen auch die Gewinne um hunderte von Millionen US-Dollar nach oben. Künftig werden Nutzer nicht mehr von hohen Roaming-Gebühren in Europa überrascht. Das EU-Parlament hat deren Abschaffung beschlossen. Telekom-Anbieter können sich nur noch begrenzt Gebühren für die Auslandseinsätze in Rechnung stellen. Endausscheidung der ersten Hyperloop-Pod-Competition von SpaceX. Knapp zwei Dutzend Teams stellten die von ihnen entwickelten Kapseln für das Hochgeschwindigkeitstransportmittel Hyperloop vor. Wer baut die beste Kapsel für den Hyperloop? Das wollte das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX in einem Wettbewerb klären. Dafür wurde eigens eine 1,2 Kilometer lange Vakuumröhre gebaut. Nur drei Teams überstanden die technische Prüfung und durften ihre Kapsel in der Röhre starten lassen. Die einzige, die die volle Distanz durchhielt, war die des Teams der TU München. Sie war mit knapp 100 kmh auch die schnellste und wurde dafür ausgezeichnet. Für den Gesamtsieg reichte das aber nicht. Den holte sich das Team der TU Delft. An die von SpaceX-Gründer Elon Musk vorgesehene Geschwindigkeit kamen die drei aber nicht annähernd heran. Die Kapseln sollen mit etwa 1200 kmh durch die Röhre schweben. Das 25G-Ethernet-Konsortium hat Standards für 25 und 50 Gigabit schnelle Datenübertragung freigegeben. Beide basieren auf dem 100 Gigabit-Ethernet-Standard, nutzen aber nur eine oder zwei statt vier Sirdis-Leitungen. Firmen wie Cisco, Google oder Microsoft nutzen den Standard bereits. Der Gründer der Spielefirma Namco, Nakamura Masaya, ist gestorben. Unter Nakamuras Leitung hat Namco Spieleklassiker wie Pac-Man, Tekken oder Ridge Racer veröffentlicht. Angefangen hat er alles mit zwei mechanischen Pferden auf einem Kaufhausdach. Die EU wollte eigentlich einen europaweit einheitlichen Datenschutz beschließen. Doch die Bundesregierung macht von nationalen Öffnungsklauseln ausgiebig Gebrauch. Das Bundeskabinett will die neue EU-Datenschutzverordnung nur mit zahlreichen Änderungen in deutsches Recht umsetzen. Datenschützer kritisieren, dass damit die Rechte der Verbraucher gegenüber Unternehmen und Behörden geschwächt würden. Der IT-Branchenverband ECO zeigte sich zufrieden mit dem Entwurf. Bitkom warnte hingegen vor einem europäischen Flickenteppich an Regelungen. Wer sein Kennwort vergisst, bekommt meistens eine E-Mail und die Aufforderung, sein Passwort zu ändern. Facebook möchte mit diesem anfälligen Verfahren brechen und arbeitet dafür mit GitHub zusammen. Logitech hat einen neuen Präsenter veröffentlicht. Spotlight ermöglicht durch Bewegungssensoren das Steuern des Mauscursors. Im Test hatten wir unseren Spaß mit der Steuerung durch Handschwenks. Die Hervorhebung des Zeigers durch eine Umrandung oder Bildschirmlupe funktionierten flüssig. Die schlechte Ergonomie und die Inkonsistenz der Software haben uns hingegen nicht gefallen. Horror für die PC-Version von Resident Evil 7. Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung haben Cracker die Schutzmechanismen von Denuvo geknackt. Ob sie einfach nur Glück hatten, bleibt unklar. In der Vergangenheit hatten die Systeme von Denuvo deutlich länger durchgehalten. Das war's vom GoleMD-Wochenrückblick. Bis zum nächsten Mal.